16. Januar 2021, 11 Uhr. Sie stehen hier mit dem Schild, wir brauchen unsere Bauern vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Weshalb demonstrieren Sie heute und wofür? Ja, also ich bin so ein bisschen im Gefolge eines Landwirtes hier unterwegs, der auch mit seinem Trecker da ist. Ich bin Berufsimkerin und ja, es könnte auch ein Verbraucherschild sein. Wir brauchen unsere Bauern, aber es ist auch ein Schild, dass die Aussage, die der Imker natürlich sagen, wir brauchen Bauern, wir brauchen landwirtschaftliche Betriebe, wir brauchen kleinräumige Strukturen, sodass die Imkereien und die Bienen auch überleben können hier in der Landschaft. Unter anderem. Sind Sie als Imkerin persönlich betroffen von der Pandemiebekämpfung, von den Maßnahmen, von der aktuellen Situation? Entschuldigung. Kaum. Können Sie sich vielleicht einfach eine Maske aufsetzen und auch dauerhaft aufhauen? Okay, alles klar. Ja, also kaum ist die Antwort. Kaum, okay. Kaum. Ich gucke mal, wo ich meine Maske habe. Vielen Dank, ja? Gut. Dankeschön erstmal. Jo. Ich gucke mal, wo ich meine Maske habe. Vielen Dank. Vielen Dank.